Die Insel Großbritannien liegt im Atlantischen Ozean zwischen der Erischen See und dem Nordatlantik im Westen, der Nordsee im Osten und dem Ärmelkanal im Südosten an der nordwestlichen Küste des europäischen Kontinents. Mit einer Fläche von 219.331 Quadratkilometer ist die Hauptinsel die neuntgrößte Insel der Welt sowie die größte Insel Europas und der britischen Inseln, zu denen unter anderem auch noch Irland und die Isle of Man gehören. England und Wales bildeten im Altertum die römische Provinz Britannia. Ein alter Name für die Insel Großbritannien ist Albion. Dieser Name, von Alfred Holder als Weißland übersetzt, könnte sich auf die weißen Kreideklippen von Dover beziehen, die man normalerweise als erstes sieht, wenn man mit dem Schiff über den Ärmelkanal nach Großbritannien fährt. Ein historischer Name im Gelischen für Schottland ist Alba. Politisch ist Großbritannien seit dem Act of Union 1707 eine Einheit, die aus den Staaten England, Wales und Schottland gebildet wurde. Die Hebriden, die Orkney und die Shetland-Inseln werden als Teil Schottlands ebenfalls politisch zu Großbritannien gerechnet. Die Länder Großbritanniens bilden zusammen mit der Provinz Nordirland das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland. Irland Großbritannien ist also nur Teil des Vereinigten Königreichs und nicht mit diesen gleichzusetzen. Die direkt der britischen Krone unterstehenden Kanalinseln und die Inselmann sind kein Teil des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirlandmann und auch ganz Irland gehören jedoch geografisch zu den britischen Inseln, die Kanalinseln dagegen nicht. Name Historisch gab es zwei Britannien, die Insel Britannien und die Halbinsel Kleinbritannien im Nordwesten Frankreichs, heute Britannien genannt. Im Englischen werden sie als Great Britain und Brittany bezeichnet. Im Französischen werden ähnlich Grande Britannien und Britannien unterschieden, entstehen und Veränderungen der Bezeichnung Großbritannien. Der Begriff Großbritannien fand erstmals weite Verbreitung während der Regierung des Königs Jakob V.I. von Schottland, der als Jakob I. Auch England regierte er bezeichnete die von einem Monarchen regierte Insel, die aus zwei Staaten mit eigenen Parlamenten bestand. Nach der Vereinigung von England und Schottland war die Bezeichnung Königreich Großbritannien von 1707 bis 1800 gebräuchlich. Mit dem Act of Union 1800 fand eine erneute Umgestaltung statt. Das vom englischen Königshaus regierte Irland wurde mit dem Königreich Großbritannien zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland vereint. Als im Jahre 1922 26 der 32 irischen Grafschaften den irischen Freistaat bildeten, entstand das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. Vereinfachend der Weise wird im deutschen Sprachgebrauch selten die Bezeichnung Großbritannien als Synonym für das Vereinigte Königreich verwendet, selbst von Politikern und Nachrichtensprechern. Die Regierungsorgane im Vereinigten Königreich werden heute als britisch bezeichnet. Der britische Premierminister oder das britische Königshaus. Streng genommen ist dies allerdings nicht richtig, denn die Organe sind nicht nur für Großbritannien zuständig, sondern auch für Nordirland. Die häufig verwendete Bezeichnung Englisch anstatt Britisch an gleicher Stelle ist allerdings noch ungenauer, da England als Staat seit 1707 nicht mehr existiert. Briten bezeichnet im Englischen nur Großbritannien und nicht Nordirland. Geschichte Hauptartikel Die Insel Großbritannien besteht aus den folgenden drei Nationen, die politisch nur sehr eingeschränkt eigenständig sind. England, Schottland, Wales. Seit England, Wales und Schottland im Jahre 1707 vereint wurden, hat England, welches sie weitaus größte Bevölkerung hat, immer die dominierende Rolle in allen nachfolgenden Staaten gespielt. Das zeigt sich auch indem die Krönung des britischen Monarchen das englische Ritual befolgt, oder das britische Parlament der Struktur des englischen Parlaments folgt und mit dem Westminster Palace das ursprünglich englische Parlamentsgebäude nutzt. Geologie und Geografie Die äußersten Punkte der Insel sind Lenzend in der Grafschaft Cornwall im Südwesten und Jono Grotz in Keitnes im Norden Schottlands. England ist überwiegend hügelig. Süd- und Ostengland sind eine Schichtstufenlandschaft und abgesehen von kleinen Küstenebenen der geologisch jüngste Teil der Insel. Die einzige ausgedehnte Ebene sind die Fans zwischen Cambridge und dem Wash an der Grenze zwischen Ost- und Mittelengland. Die Penninen im Norden Englands gehen fast bruchlos in die Ablenz Südschottlands über. Östlich davon erstrecken sich wiederum Hügelländer. Die Mitte Schottlands besteht aus dem Firth of Clyde und Firth of Forth verbindenden Graben der Central Lowlands und einem nordöstlich anschließenden Hügelland. Zum nördlich anschließenden schottischen Hochland werden außer der rauen Gebirgsregion auch die westlich und nördlich anschließenden, ebenfalls rauen, aber nicht immer hohen über 80 Inseln gezählt, weswegen man auch von Highlands and Islands spricht. Weil es durch den Bristol-Kanal genannten Meeresarm von Südwestengland getrennt ist ebenfalls ein Bergland. Siedlung und Bodennutzung Industrielle Ballungsräume sind Greater London, die Umgebung von Birmingham, die alten Steinkohlegebiete die sich u-förmig um die Penninen gruppieren, sind Wales und das Quertal in der Mitte Schottlands. Die Hügelländer mit ihren von Hecken gesäumten Ländereien und oft kleinen Landstraßen sind von einer Geschichte intensiver Nutzung geprägt, die allerdings im 19. Jahrhundert mit der Möglichkeit Grundnahrungsmittel in großem Maße zu importieren, vielerorts einer grünen Landwirtschaft wich. Die Bergländer sind dünn besiedelt und werden extensiv beweidet. Im Norden und Westen Schottlands wurde für die extensive Schafhaltung ein großer Teil der eingesessenen Landbevölkerung im 18. und frühen 19. Jahrhundert vertrieben. Jahrhunderte langer Raubbau an den Wäldern ist erst zum geringen Teil in den letzten Jahrzehnten durch Aufforstung behoben worden.